So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Galaxy Ich hatte schon eine Aufnahme vor dieser Und ich bin jetzt gerade auch ehrlich gesagt ein bisschen im Stress Deswegen muss ich das Video ein bisschen rushen sozusagen Und ja, es soll gesagt sein, dass ich eine Runde gemacht habe und die Aufnahme nicht lief Ich habe aber nichts gespeichert So, wir dürfen uns nicht einmal hinten lassen von dem Haben wir ihn einmal Jetzt gibt es seine zweite Form Und hier wird es wahrscheinlich problematisch Ich muss einfach permanent in Bewegung bleiben Ich habe es vorhin in der Aufnahme die ganze Zeit verkackt gehabt Und ich bin sogar Game Over gegangen Einfach weil ich mich von irgendwas treffen lassen habe oder zu gierig war Und dann ja Genau solche Sachen eben Ich verliere langsam meinen letzten Nerv Zwei Hits Und ziehe ich das Terrain, das Terrain Ich könnte ausflippen, aber ich weiß jetzt glaube ich, wie ich vorgehen sollte Ich sehe das nicht Wenn da so eine Faust ist und auf einmal wird es unter mir schwarzen, sehe ich das nicht Ich glaube, der Part heute wird doch eine Ausnahme Und ich glaube, ich werde nur einen Stern machen, weil ich habe keinen Nerv Welcher Spaß bei Nintendo kam auf die Idee Komm, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Boss Sagen jetzt mal Ja, der schießt sich die ganze Zeit mit Stein ab Und du darfst dich nicht ein einziges Mal treffen lassen Ich kann nicht reagieren Ich kann nicht reagieren So, ich kann so nicht reagieren Es geht zu schnell Ich habe nicht genügend Reaktionszeit Und ich sehe es nicht mal Bei mir läuft er gar nicht Bei mir läuft er gar nicht Also, es ist jetzt gerade 18.50 Uhr Und ich hänge immer noch an dem Boss Ich habe gedreht Ich wollte ihn fangen Ich wollte ihn nehmen und auf ihn werfen Es hat es nicht akzeptiert Ich wurde getroffen Obwohl ich nicht getroffen hätte werden sollen Ich, 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 ich Ich könnte ausrasten Ich könnte ausrasten Ihr wollt jetzt den Goofy hören, gell? Ja! Er ist jetzt verwundbarer denn je Er hat keine Faust, die er mir anwerfen kann Jawoll! Nee, nee, nee Ist doch nicht fertig, werde ich noch nicht Noch kein Grund zur Freude Kein Grund Verdient, verdient, verdient Boy! Das war an sich so simpel Ich habe es nicht hingekriegt 12 oder 16 Leben insgesamt Es gab vorhin noch eine Aufnahme Wie gesagt Ich bin zweimal Game Over gegangen Wegen dem Vollspaß Und jetzt endlich Der war nicht schwer Aber ich habe es nicht hingekriegt Das ist das, was mich aufricht 32. Stern Speichern Ja, bitte Nie mehr mache ich die Scheiße Okay, dann würde ich sagen Machen wir das jetzt folgendermaßen Also diesen grünen Stern Würde ich nicht machen Weil das ist ein Secret sozusagen Und dann werde ich diese zwei Sterne Für den nächsten Part lassen Damit wir im nächsten auch drei haben Und ja Weil dieser Part jetzt eh Ein bisschen nervenaufwendiger war Würde ich jetzt sagen Gönnen wir uns das Und würde sagen Das war es mit dem Video Falls es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like da Falls euch der Kanal gefällt Lasst gerne ein Abo da Falls ihr meinen Nerven Gefallen machen wollt Dann lasst doch beides da Und ja Ansonsten macht es gut Bis dann Ciao